Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Workshop. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder uns zusammenfinden, quasi nach dem Symposium. Heute ist der 13. März 2023, ein Montag und 20 Uhr und deshalb treffen wir uns hier. Der Hintergrund unserer Workshops besteht darin, dass wir helfen wollen, den Anwendern noch effektiver zu besserer Lebensqualität zu verhelfen. Denn wir wissen, Agile Care kann das. Lassen Sie uns starten. Ich starte jetzt die Download-Möglichkeit, wie immer, für diejenigen, die sich interessieren, für die Slides. Die können Sie jetzt herunterladen und Sie haben damit die Möglichkeit, die Präsentation im PDF nachzuverfolgen und vielleicht diese Videos nachzulesen, quasi als kleine Dokumentation für Sie, für den Fall der Fälle, wenn der eintreten sollte. So, und ich starte jetzt die Präsentation. Legen wir los, heute am 13. März. Da gilt natürlich auch wieder wichtiger Hinweis. Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. So, und das ist natürlich das erste Bild. Rückblick auf unser Symposium. Ich will da gar nicht viel erzählen. Ich will nur den Teilnehmern und insbesondere den Referenten danken, die am letzten Samstag in Storkow in der Burg für ein erfolgreiches Symposium geführt haben. Wir haben sehr viel gelernt. Wir haben sehr viel Neues erfahren. Wir haben sehr viele Dinge erfahren, die man unmittelbar anwenden kann für Leben ohne Krankheit. Also vielen, vielen Dank für die Teilnehmer und Referenten. Und ganz besonders bedanke ich mich bei meiner Frau Renate und Tochter Claudia, die das Ganze organisiert haben und dafür gesorgt haben, dass es eine wirklich erfolgreiche Veranstaltung wird. Die einzige Panne, die wir leider zu verzeihen hatten, aber die man zeitlich noch korrigieren kann, ist, dass wir keine Präsente, wie üblich, keine Präsente rechtzeitig da hatten für die Referenten. Aber das holen wir nach und ich zeige jetzt einmal das, was wir vorgesehen haben, nämlich dieses Buch hier von Dr. Michael Nees, Das erschöpfte Gehirn. Ein wunderschönes Buch, sehr gutes Buch. Und wenn jemand Probleme hat, zu verstehen, warum bestimmte Dinge so ablaufen, völlig gegen den gesunden Menschenverstand, dass also Leute Entscheidungen der Regierung, Entscheidungen, Mitteilungen der Medien hinnehmen und selbst sich überhaupt nicht einbringen und nichts hinterfragen, dann finden Sie vielleicht hier eine Antwort darauf. Ich habe sie gefunden, zu großen Teilen und kann auch die Antwort ausdehnen auf bestimmte Erscheinungen in der Geschichte. Und ich möchte nur ganz kurz von dem Klappentext ablesen. Dr. Nees erklärt, was der chronische Kapazitätsverlust des mentalen Akkus für uns, unsere Gesellschaft und zukünftige Generation bedeutet und wie wir dieser katastrophalen Entwicklung entgegenwirken können. Hoffentlich können wir dem entgegenwirken. Ich kann es nur allen denen empfehlen, die sich für die Sache interessieren und die gerne mehr lernen können, was da klinisch, physiologisch dahinter steht. Und ich denke, ich bin da schon fündig geworden. Und jedenfalls die Referenten bekommen dieses Präsent, dieses Buch noch nachgesendet, wenn dann unsere zeitliche Panne behoben ist. Machen wir weiter in unserer Präsentation. Ja, das also soweit zum fünften Symposium, Leben ohne Krankheit. Ich fand, und viele, viele Teilnehmer haben uns das schon bestätigt, Sie fanden es auch sehr wertvoll, an diesem Symposium teilgenommen zu haben. Ja, und zum Agile Care, Erhöhung der Effektivität ist ja das Ziel. Wir werden im Einzelnen jetzt gleich in Beispielen darauf eingehen. Und wenn Sie zum Basiswissen und zu den optimierenden Randbedingungen, beides ist wichtige Grundlage für den Erfolg mit Agile Care, wenn Sie etwas dazu wissen möchten, dann empfehle ich Ihnen, ich mache das zum wiederholten Mal, deshalb, weil viele das noch nicht wissen, empfehle ich Ihnen unsere Homepage ulrich-mdc.de und dann slash download. Und dort finden Sie wirklich die entsprechenden Informationen zur Verbesserung der Effektivität. Sie finden Informationen zum Basiswissen, was notwendig ist, genauso wie das Wissen über optimierte Randbedingungen. Und wir haben seit einiger Zeit die Präsentationen auch dauerhaft vorliegen. Und zwar finden Sie das dann über unsere Homepage ebenso, bloß in dem Fall wählen Sie dann in der Homepage von der Startseite Support an, so wie ich Sie dargestellt habe. Und da gibt es einen Unterpunkt, der heißt Agile Care Workshops. Da werden Sie fündig und ich möchte heute darauf verzichten, das zu demonstrieren. Ich denke, das dürfte jeder können, der daran interessiert ist, die Präsentationen zu finden, die übrigens rückwirkend bis in den Oktober 2022 jetzt dargestellt sind. Und es kommen nach und nach rückwirkend auch die Präsentationen hinzu, die in der Vergangenheit gelaufen sind. Sie können sich also dort informieren und können dort Ihr Wissen ausdehnen und können auch dort mit der Suchfunktion arbeiten. Nämlich, wenn Sie diesen Unterpunkt Agile Care Workshops anwählen, dann können Sie die Suchworte oder Quellen-Code in die CS eingeben und finden dann die Beiträge aufgelistet. Mehr und mehr, auch in die Vergangenheit. Und selbstverständlich wird die Präsentation des heutigen Workshops auch morgen dort abgelegt. Ja, ganz klar als Einleitung, was macht Agile Care für bessere Lebensqualität? Warum führt Agile Care zu besserer Lebensqualität? Wir haben in der Situation bei jeder Erkrankung einen Sauerstoffmangel auf Zellenebene. Wir kennen nichts anderes. Wir finden immer Sauerstoffmangel. Ob das eine Ursache oder Folge ist, das ist eigentlich egal. Jedenfalls aufgrund des Sauerstoffmangels kommen unsere Zellen in eine Energiekrise. Die Mitochondrien können keine biologische Energie, kein ATP mehr produzieren. Dabei sind unsere Mitochondrien die Kraftwerke der Zellen. Und in dieser Energiekrise weiß sich die Zelle fürs Überleben nichts anderes zu helfen, als einen Ersatzstoffwechsel zu wählen. Das ist eine alkoholische Gärung der Zellflüssigkeit. Damit rettet sie sich. Damit überlebt sie. Nur die Veränderung des Milieus in und um die Zellen herum bringen Mikroorganismen und Disbalance auf den Plan. Und diese Mikroorganismen und Disbalance, die können wir dank Dr. Reif mit unserer Technik Agri-Care eliminieren. Wenn wir alles richtig machen, geschieht das sogar recht schnell und effektiv. Und bei diesem Eliminieren der Mikroorganismen und Disbalance, und damit meinen wir Viren, Bakterien, Würmer, Pilze und Einzeller, die führt dann auch dazu, so wie das in der rechten Spalte ganz rechts dargestellt ist, dass Gifte entstehen, die wir aber ganz leicht durch empfohlene Entgiftungsmaßnahmen haben hauptsächlich von unserer Seite empfohlen, der Einsatz der Regelrechte und empfohlene Einsatz von Naturzellit, 10 Mikrometer, der dann dazu führt, dass der Körper ganz schnell die Möglichkeit hat, sich selbst zu heilen. Denn wer kann uns sonst heilen? So, und da habe ich hier das erste Beispiel, und das muss ich sagen, ist sehr dramatisch. In dieser Dramatik habe ich das vor 10 Jahren ungefähr schon mal erlebt. Ein Einwander hat nämlich eine Sepsis sich eingeholt. Eine Sepsis ist eine Blutvergiftung. Und ich möchte hier mal vorlesen, was die Sepsis ist, damit Sie auch die Dramatik erkennen des Vorgangs. Die Sepsis ist ein lebensbedrohlicher Zustand, der entsteht, wenn die körpereigenen Abwehrreaktionen gegen eine Infektion die eigenen Gewebe und Organe schädigen. Sie ist eine der schwersten Komplikationen von Infektionskrankheiten, die durch Bakterien, Viren, Pilze oder Parasiten ausgelöst werden. Soweit also zur Definition der Sepsis. Und der Anwender hat, als ihm das bescheinigt wurde, Agilcare eingesetzt mit der Anwendung C626. Und die Anwendung mit dem Quellencode NXC626 hat die Bezeichnung Antiseptikum allgemein. Und nach wenigen Anwendungen war die Sepsis überstanden. Und ich möchte noch mal aus der Definition zitieren. Es gab einen lebensbedrohlichen Zustand und der Anwender hat Agilcare eingesetzt und nach wenigen Anwendungen war es überstanden. Ich muss hier darauf hinweisen, dass diese Mitteilung, für die ich mich sehr bedanke bei dem Anwender, denn ich kann das hier weitergeben, diese Mitteilung und dieses Ergebnis überhaupt keinen wissenschaftlichen Beweis für den ursächlichen Zusammenhang zwischen Agilcare-Einsatz und der Beseitigung der Sepsis ist. Das ist überhaupt nicht der Fall. Wir können das überhaupt nicht beweisen, wollen das noch nicht beweisen. Wir freuen uns dafür lieber mit dem Anwender, dass er aus diesem lebensbedrohlichen Zustand herausgekommen ist und wir denken, dass Agilcare dabei hilfreich war. Gratulation. Eine Anwenderin hat schmerzende Narben und zwar durch einen Unfall vor 40 Jahren. Ich will mal wiederholen, um welche Dinge es manchmal geht. Schmerzende Narben bestehen aufgrund eines Unfalls vor 40 Jahren. Da hat sie eingesetzt, ich denke, das war auf unsere Empfehlung, die Anwendung U8 und die Anwendung U8 hat die Bezeichnung Akupunkturstörungsfeld, in Klammern steht dann noch Narbenfokus und zweitens die Anwendung U5F7 und die Anwendung mit dem Quellencode NXU5F7 hat die Bezeichnung Knochenregeneration, weil diese Narben an Extremitäten waren. Und nach wenigen Anwendungen hatte die Anwenderin das Problem beseitigt. So hat sie mir das berichtet. Auch das ist wieder kein wissenschaftlicher Beleg dafür, dass Agilcare dafür zuständig war. Aber als nun ich erfahren habe, dass nach 40 Jahren Problem, nach 40 Jahren Schmerzen im Narbengewebe dann Agilcare eingesetzt wurde und diese Schmerzen im Narbengewebe oder die Schmerzen am Narbengewebe waren beseitigt, da denke ich schon, könnte es was mit Agilcare zu tun haben. Und ich gratuliere der Anwenderin dazu und bedanke mich für die Mitteilung darüber, denn dadurch sind wir in der Lage, Ihnen das mitzuteilen. Und das können Sie, die vielleicht auch, vielleicht auch noch Unfällen vor vielen, vielen Jahren Schmerzen im Narbengewebe haben, es doch einmal versuchen mit Agilcare, mit den Anwendungen U8 und U57. Bitte beachten Sie dabei, und die Anwendung hat das getan, dass Sie die Randbedingungen vor, während und nach dem Einsatz, dass Sie die möglichst optimal berücksichtigen, damit Sie auch zu diesem Erfolg kommen und damit Sie das zeitlich recht zeitnah erleben, den Erfolg, den Sie sich wünschen. Eine Anwenderin berichtete mir, dass sie während einer stationären Krebsbehandlung, also während einer Krebsbehandlung im Krankenhaus, einen Infekt bekam, der sehr heftig war. Und da können Sie sich natürlich vorstellen, wenn man schon in der Behandlung zu Krebs ist, möchte man nicht noch zusätzlich geschwächt werden und vielleicht gefährdet werden noch für stärkere Ausdehnung des Krebses, weil das Immunsystem eben dadurch noch mehr geschwächt wird und deshalb ganz großes Interesse, den Infekt so schnell wie möglich zu beseitigen. In dem Fall hat die Anwenderin die Anwendung C1434, also den Quellencode-Index C1434, durchgeführt und diese Anwendung hat die Bezeichnung Sinusitis-Bakterien und sage und schreibe, nach drei Tagen war alles weg. Auch hier kann ich sagen, die Anwenderin hat die Randbedingungen optimal berücksichtigt und ich gratuliere ihr dazu und denke, das wird auch Einfluss haben auf die erfolgreiche stationäre Krebsbehandlung und ich drücke auch die Daumen dafür. Jedenfalls alles richtig gemacht, Gratulation und nochmal vielen Dank für die Mitteilung, denn ich kann es hier weitergeben. Zahlreiche Anwender haben in den letzten Wochen, ja sogar in den Monaten uns kontaktiert und um Empfehlungen gebeten für die Anwendung bei schweren Infekten. Es gibt auch sehr viele, vielleicht sogar noch mehr, aber das ist für uns eben von der Zahl her eine Grauziffer, die das ohne unsere Empfehlung gleich getan haben und erfolgreich wurden und deshalb möchte ich hier in dem Bereich die Empfehlung noch einmal wiederholen, die wir den vielen gegeben haben und wir denken, wir liegen in den meisten Fällen richtig, denn in den überwiegenden Fällen gab es dann positive Rückmeldungen. Die Zeit des Erfolges, bis der eingetreten ist, war unterschiedlich, da möchte ich gleich noch einmal eingehen, aber erst möchte ich Ihnen die Empfehlung nennen. Wir empfehlen bei schweren Infekten zurzeit A424, ich wiederhole A424 und die Anwendung geht gegen das RS-Virus und RS-Viren erzeugen sozusagen die Symptome Schnupfen, trockener Husten, Niesen und Halsschmerzen. Ich habe das hiermit notiert. Diese Anwendung kommt noch aus dem Bereich von Frau Dr. Hulda Clark und wir freuen uns sehr darüber, dass es auch so erfolgreich funktioniert. Die zweite, die wir empfehlen, auch mitzutun, ist die Anwendung WEI22. Ich wiederhole WEI22 und das ist eine umfassend Viren eliminierende Anwendung, die, wie ich hier in der Klammer geschrieben habe und wie Sie es auch in Ihrem Programm dann sehen, einschließlich der Viren H1N1, H5N1, Ebola, Rhinoviren, Rotaviren und Influenza A bis B. Diese zwei Anwendungen empfehlen wir, aber wir lassen es nicht aus, auch über Agile Care hinweg und das ist aufgrund der Erfahrung, die wir gemacht haben und der Rückmeldung, die uns gegeben wurden, wir empfehlen deshalb auch Kiefern-Nadel-Tee. Und Kiefern-Nadel-Tee bitte in der Form oder in der Machart oder nach dem Rezept, wie wir es empfehlen. Und da denke ich, ist es die Gelegenheit, dass ich Ihnen, für diejenigen, die sich das noch nicht heruntergeladen haben, dass die sich den den Kiefern-Nadel-Tee, aber ich habe es nicht da, Entschuldigung, Kiefern-Nadel-Tee herunterladen, Sie können das auch über unsere Homepage tun. Bitte um Entschuldigung, ich habe das hier übersehen, dass ich das jetzt nicht parat habe und deshalb bitte ich Sie, wer Bedarf hat, entweder bei uns nochmal anzufragen, wie der Kiefern-Nadel-Tee einzusetzen und zu erstellen ist, beziehungsweise das auf unserer Homepage herunterzuladen. Bitte um Entschuldigung, dass ich mich jetzt hier etwas mit meiner Ankündigung übernommen habe. Auf jeden Fall ist es wichtig, die Randbedingungen für die Anwendung A424 und WEI 22 optimal einzuhalten. Das ist wirklich eine gute Voraussetzung und wer sich über die Randbedingungen informieren möchte, hatte ich vorhin schon eingeblendet, dass man über unsere Homepage ulrich-mtc.de schrägstrich download sich das anschauen kann und erfahren kann, worauf es dabei ankommt. Ja, das waren die Fälle, die ich ganz kurz ankündigen wollte. Hier eingeblendet die Kommunikationswege zu uns. Bitte haben Sie Verständnis, dass der Telefonservice wirklich nur erreicht wird, wenn Sie uns anrufen, montags bis freitags zwischen 9 und 10 Uhr. Wir rufen Sie dann zurück. Das kann durchaus aufgrund der Länge der laufenden Gespräche dann weit nach 10 Uhr erst sein, wo wir zurückrufen können. Aber nutzen Sie bitte nur die eingeblendete Telefonnummer. Und haben Sie Verständnis dafür, dass wir außerhalb der Zeit uns noch anderen Arbeiten widmen müssen. Und wenn Sie während der Zeit nicht anrufen können, dann nutzen Sie doch unser Ticketsystem. Wie Sie dazu kommen, ist hier auch auf dieser Seite eingeblendet. Ja, und dann habe ich mich bei den vielen Empfehlern zu bedanken. Dann ist es ein Bedürfnis für viele Anwender, die sehr gute Erfahrungen mit Agilcare machen und der Zahl und die Zahl wächst immer mehr an. Diejenigen, die gute Erfahrungen machen, die sogar begeistert sind von Agilcare, diese Worte erfahren wir sehr häufig, dass die, und es ist verständlich, dass diejenigen, die eben gute Erfahrungen machen, dass die das weiterempfehlen für andere Personen, denen sie auch etwas Gutes tun wollen und denen sie auch die Möglichkeit geben wollen, dass sie eigenverantwortlich ihre Lebensqualität verbessern können, in ganz verschiedenen Fällen. Und der Vorgang ist natürlich ein positiver, positiv für diejenigen, die dann das Gerät kaufen und diese Erfahrung auch machen können, ihre Lebensqualität ganz einfach zu verbessern und das sind manchmal ganze Haushalte oder alle Personen, die im Haushalt leben. Zweitens ist es für sie natürlich diejenigen, die es empfehlen, sehr gut, denn sie haben eine gute Tat vollbracht. Und drittens ist es für uns gut, wenn wir den Kreis der Anwender erweitern können und das alles ist es uns etwas wert und wenn es sozusagen zum Kauf eines potenziellen Anwenders, der also dann ein Anwender wird, in unserem Shop kommt, dann bieten wir Ihnen, liebe Empfehler, 150 Euro Provision an, die wir Ihnen dann gerne überweisen und wenn Sie uns das sozusagen die Empfehlung mitteilen, Namen desjenigen, den Sie empfohlen haben, dann reservieren wir Ihnen diesen Betrag für 30 Tage, wenn innerhalb der Zeit der Käufer das Gerät in unserem Shop kauft, dann möchten wir uns bei Ihnen bedanken für 150 Euro und vielen Dank für Ihr Engagement. Ja, und jetzt bin ich soweit, dass ich meine Präsentation komplett durchgeführt habe, das also, was ich vorbereitet habe und jetzt möchte ich auf Ihre Fragen eingehen. Renate und durchgeführt haben,